Es ist keine eigene Kompetenz zur Verwaltung der Server und der Lösung von Nöten. Das ist auch einer der Gründe neben den geringeren Fixkosten, weshalb SARS eigentlich einhellig als die Lösung für kleinere mittelständische Unternehmen empfohlen wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Vielleicht überlegt ihr da draußen in eurem Unternehmen den Field Service zu digitalisieren und da spielt natürlich das ganze Thema richtige Software finden, aber Kosten im Rahmen halten eine nicht ganz unwichtige Rolle. Deswegen schauen wir uns heute in der Folge das Thema SARS, also Software as a Service mal ein bisschen genauer an und ich sage wir, weil ich einen wunderbaren Gast habe wie immer. Armin Harschawi, mein Kollege von der L-Mobile SARS. Schön, dass du heute da bist. Danke für die Einladung, Andrea. Super, gerne. Vielleicht noch an der Stelle wieder für alle der Hinweis, wenn ihr die Folge hier bei YouTube nicht zu Ende schauen könnt, dann nutzt doch gerne den Podcast bei Spotify, iTunes und Co. Und hört da gerne einfach auch mal in die Folgen rein. Es gibt ja in der Zwischenzeit schon ein paar, lasst euch da ein bisschen treiben. Genau. Ich habe es schon verraten, du darfst dich jetzt mal einmal vorstellen, wer bist du und was machst du genau? Gerne, ja. Armin Harschawi ist mein Name. Ich bin der Sales und Business Development Manager der im April gegründeten L-Mobile SARS. Ich bin also sozusagen ein bisschen in Anführungszeichen das Gesicht der L-Mobile SARS, der vertriebliche Ansprechpartner für die Kunden, die Anfragen kommen zu mir. Ich bin auch derjenige, der die Lösung vor Ort bei den Kunden präsentiert im Rahmen von Online-Präsentationen. Und ja, ich war davor auch schon bei der L-Mobile Solutions, auch im Vertrieb tätig und habe dann als unser Entwicklungsleiter, der Herr Joost, also der Entwicklungsleiter der gesamten L-Mobile Gruppe und gleichzeitig auch der Geschäftsführer der L-Mobile SARS, das Unternehmen gegründet hat. Habe ich mich dafür entschieden, habe ich mich sozusagen als Freiwilliger gemeldet und ja, seit April bin ich nun voll mit dabei und es macht mir riesen Spaß. Super, das ist nur noch mal klar, es geht um April 2020, wo die Firma gegründet wurde. Absolut, genau. Genau, wenn wir noch nicht genau wissen, wann die Folge online geht. Genau. Perfekt. Super. Genau, 2020. Wir haben es jetzt beide schon mal gesagt, SARS ist Software as a Service. Kannst du einmal kurz erklären, was ist das genau? Ja, gerne. Es ist wahrscheinlich ein Begriff, der jetzt nicht so geläufig ist. Es ist kein L-Mobile spezifischer Begriff. Software as a Service in Abgrenzung zu dem Begriff On-Premises, folgendes Unterscheidungsmerkmal. Bei einer sogenannten On-Premises-Lösung, da befindet sich der Server, auf dem die jeweilige Lösung läuft, im Rechenzentrum des Kunden. Bei der Software as a Service Variante, von der wir hier sprechen, befindet sich der Server, auf dem die jeweilige Lösung betrieben wird, bei dem IT-Dienstleister, in unserem Fall jetzt L-Mobile. Und das hat verschiedene Auswirkungen und ich weiß nicht, also der ein oder andere Zuhörer mit dieser Beschreibung weiß das vielleicht auch schon ein bisschen einzuordnen. SARS ist eigentlich nichts anderes als eine Cloud-Lösung. Jetzt hast du schon das Wort Cloud gesagt. Das heißt, die ganzen Daten liegen dann auch erstmal in einer Cloud oder wie funktioniert das? Genau. Und um es ein bisschen technisch zu arg in die Tiefe zu gehen, aber die L-Mobile SARS basiert auf der Microsoft Azure Cloud-Technologie. Und dementsprechend, wie gesagt, also das hat verschiedene Auswirkungen allgemein bei SARS. Die Wartung, die Softwarepflege etc. erfolgt zentral durch den IT-Dienstleister. Okay. Und bevor wir jetzt da nochmal weiter einsteigen, würde mich noch kurz einen Satz interessieren und zwar vielleicht zu dem Thema, wie sieht es mit der Sicherheit der Daten in so einer Cloud aus? Also das Thema Sicherheit aus Kundensicht, denke ich, würde ich aus zwei Richtungen betrachten. Zum einen das Thema Sicherheit gegenüber Angriffen von außen. Das ist ja eine ganz berechtigte Frage. Also wie erwähnt, wir basieren auf der Microsoft Azure und mit den entsprechenden zugrunde liegenden Sicherheitsprotokollen, um vielleicht da ein bisschen auch eine Hausnummer zu geben, Siemens oder Volkswagen Financial Services etc. Wir arbeiten auch mit der Microsoft Azure Cloud, eben weil sie sehr sicher ist gegenüber Angriffen von außen und sehr leistungsfähig. Und dann das andere Thema Sicherheit, was mir tatsächlich auch schon häufiger begegnet ist im Rahmen meiner Vertriebsprozesse. Was ist denn eigentlich, wenn beispielsweise, okay, ihr seid, euch gehört der Server, verstanden? Aber was ist mit den Daten? Und da ganz wichtig, also der jeweilige Kunde ist zu jedem Zeitpunkt Eigentümer der Daten, mit denen er arbeitet im Rahmen von L-Mobile SAS. Und auch nach Vertragsende liegen diese Daten dem Kunden immer vor. Als Absicherung oder Backup, wie man so schön im IT-Sprechsack läuft, liegt ein SQL-Server drunter, ein SQL-Datenbank. Und sprich, also die Daten sind sowohl was Angriffe von außen angeht, als auch jetzt für das, sag ich mal, pragmatischere Thema. Was ist ein Machen im Vertragsende, aus welchen Gründen auch immer. Was ist dann mit den Daten? Also die Daten gehören jederzeit dem Kunden. Perfekt, das heißt, wenn man da auch nochmal Fragen hat, dann kommt man eben auf euch zu. Absolut. Und dann würdet ihr das bestimmt auch nochmal ausführlicher erklären, wenn es gewünscht wird quasi. Das ist jetzt natürlich sehr oberflächlich beantwortet an der Stelle, aber zur Einordnung, genau. Man fühlt sich erstmal wohl, würde ich sagen. Wunderbar. Dass die Daten nicht weg sind, dass sie nicht jemand anderem als mir gehören. Richtig. Das ist doch das, was man wissen möchte, sag ich mal. Was würdest du denn sagen, wann ist dann so eine SAS-Lösung eigentlich sinnvoll und wann vielleicht auch nicht? Worauf bezieht sich die Frage genau? Meinst du auch in Bezug auf? Auf das Unternehmen jetzt zum Beispiel. Also wann muss ich als Unternehmer quasi entscheiden, okay, ich gehe auf eine SAS-Lösung oder ich mache vielleicht doch lieber eine On-Premise-Lösung? Also wenn man die Frage, sag ich mal, zweiteilig beantworten möchte, theoretisch, also die geringste Userzahl, die wir bei einem Unternehmen, bei einem unserer Kunden haben, ist tatsächlich eins. Also theoretisch Einzelunternehmer, anspruchsvolle Einzelunternehmer, deren Serviceprozesse ein bisschen komplexer sind und deren Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand ein bisschen größer ist, für die kann sich das theoretisch schon lohnen. Im Schnitt würde ich sagen, unsere Kunden haben durchschnittlich eine Userzahl von, ich würde sagen, grob 10. Aber wir haben, wie gesagt, also du hörst es vielleicht schon raus, wir haben eine relativ große Streuung da, wir haben Einzelunternehmer, wir haben teilweise Unternehmen mit 20 oder noch mehr Usern, die mobile SAS nutzen. Also von daher, das ist so ungefähr das Größenvolumen und ja, zu deiner anderen Frage, da kommen wir sicherlich später auch noch ein bisschen im Detail dazu, ab wann lohnt sich vielleicht eher auch die On-Premises-Variante? Ich habe es eingangs so erwähnt gehabt, die SAS-Lösung läuft nicht lokal bei den jeweiligen Kunden, sondern zentral in unserer Rechenumgebung. Dementsprechend sind Programmierungen nicht möglich. Also der Kunde und das ist das vielleicht auch ein, jetzt werde ich heute noch ganz viele tolle Sachen über L-Mobile SAS erzählen, aber ein wirklich starker Punkt von der L-Mobile Solutions, also der On-Premises-Variante ist, theoretisch kann der Kunde sich eine beliebige Anzahl an Individualprogrammierungen durchführen lassen, also in Auftrag geben. Das geht bei uns in der L-Mobile SAS nicht. Okay, das ist jetzt halt ein Paket. Genau. Oder vielleicht auch verschiedene Pakete. Genau, und die Größe, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ein Unternehmen beispielsweise 100, 200 User hat, kommen die an den Punkt, dass sie sagen, ja, L-Mobile, das gefällt mir schon zu 70, 80 Prozent, aber an dieser Stelle hätte ich die Prozesse eigentlich lieber ganz anders abgebildet. An so einer Stelle würde ich sagen, ist es eine Indikation, dass man sagt, da ist vielleicht die On-Premises-Variante, die mir gestattet auch, Individualprogrammierungen durchführen zu lassen, geeigneter. Okay. Was muss ich mich denn so, oder wie muss ich mich denn finanziell da so ein bisschen einrichten, wenn ich jetzt so eine Software-as-a-Service-Lösung für meinen Field Service, also wir gucken ja speziell auf das Thema Field Service, was muss ich denn da so an Investitionen berechnen? Berechtigte Frage, ja. Es ist dahingehend pauschal etwas schwierig zu beantworten, da die Unternehmen recht unterschiedlich sind, aber wenn ich es jetzt mal grob überschlage, sagen wir ein kleines mittelständisches Unternehmen mit vier Usern, vermutlich keine Schnittstelle oder dergleichen vonnöten. Da würde ich sagen, einmalig um die zwischen 1.500 und 2.000 Euro für Schulungen, Prozessberatung etc. und jährlich auch würde ich circa bei 2.000 Euro ansetzen. Bei einem vielleicht etwas größeren mittelständischen Unternehmen, sagen wir acht User, vielleicht auch mit einem ERP-System, wo eine Integration gewünscht ist, würde ich einmalig von circa, weiß ich nicht, 8.000 Euro ausgehen und jährlich auch vielleicht 5.000, 6.000 Euro in die Richtung. Da würde ich das ungefähr einordnen. Könntest du für die gleiche Größenordnung auch wieder so ein grobes Beispiel machen, wie es On-Premise aussehen würde? Es ist dahingehend ein bisschen schwieriger zu beantworten, dadurch, dass, also vielleicht auch nochmal zur Abgrenzung, bei L-Mobile SIS das Produkt steht. Es ist ein Paket, es ist definiert, es ist im Grunde, wird schlüsselfertig ausgeliefert. Bei On-Premises spielen relativ viele Parameter eine Rolle. Es wird sehr viel Kunden individuell ausgerollt. Deshalb ist es relativ schwierig, meines Wissens nach, und da darf man nicht korrigieren, meines Wissens nach, eine On-Premises-Lösung, glaube ich, unabhängig von der User-Zahl, wurde bisher noch nicht unterhalb von 40.000 Euro verkauft. Okay, einfach weil ich da auch mehr individuelle Möglichkeiten habe. Genau, es ist, es hängt auch, wie gesagt, es hängt sehr viel mit der Umgebung zusammen, bei On-Premises müssen ganz andere, dadurch, dass es alles sehr, sehr kundenindividuell und spezifisch ist, müssen ganz andere Parameter berücksichtigt und antizipiert werden, was, was wir in der SIS-Umgebung einfach nicht machen müssen. Das Produkt ist, wie es ist, klar, wir konfigurieren, deshalb auch diese Einmalkosten, die ich erwähnt hatte in unserem Fall, also das ist auch bei uns. Wir haben auch sehr viele Möglichkeiten, wie wir das jeweilige System kundenindividuell konfigurieren können. Aber eben nichts programmieren. Okay, verstanden. Genau. Du hast jetzt schon mal gesagt, der Server muss nicht beim Kunden liegen oder liegt eigentlich sogar definitiv nicht beim Kunden. Genau. Was gibt es denn sonst noch an der IT-Infrastruktur, wo du sagst, das braucht man auf jeden Fall im Unternehmen und also stabiles WLAN etc. Was sind da so die Mindestanforderungen, sage ich mal, an die IT? Computer. Schon mal gut. Nee, tatsächlich, Spaß beiseite, es ist keine eigene Kompetenz zur Verwaltung der Server und der Lösung vonnöten. Das ist auch einer der Gründe neben den geringeren Fixkosten, weshalb SAS eigentlich einhellig als die Lösung für kleinere mittelständische Unternehmen empfohlen wird. Man benötigt also niemanden, in Anführungszeichen, niemanden, der sich damit auskennt. Man braucht einfach nur seinen, in Anführungszeichen, seinen Key-User, um den Unternehmenszwecken dienlich zu sein. Aber abgesehen davon, man braucht jetzt keinen IT-Spezialisten und dergleichen und was für viele Kunden auch immer sehr vorteilhaft erachtet wird. Das heißt, ich brauche auch nicht irgendwelche bestimmten Geräte oder nochmal irgendwie ganz besondere Laptops oder so, sondern das läuft im Prinzip. Genau. Also da, das muss man aber auch an der Stelle sagen, das gilt auch für die On-Premises-Variante. Also L-Mobile-Service und L-Mobile-Sales sind am Betriebssystem unabhängig. Das heißt also Android, Apple, Touchpads, Laptops, Handys, spielt keine Rolle. Es geht auch gemischt. Also ich sage mal, man kann verwenden, was gerade da ist. Das ist doch wunderbar. Welche Herausforderungen muss ich denn vielleicht sonst noch bei so einer Einführung bedenken? Oder was kann da noch auf mich zukommen? Oder kommt da überhaupt was auf mich zu? Ja, die Herausforderung tatsächlich bei uns, also ich sage mal, es ist ein bisschen ein Luxusproblem, aber eine Herausforderung nichtsdestoweniger. Ich habe ja erwähnt gehabt, bei der On-Premises-Variante, da können die Kunden, die Interessenten sich entscheiden. Also man stellt ja immer naturgemäß ein Delta fest zwischen, so würde ich es gerne machen und so ist die Lösung tatsächlich. Wie gesagt, bei der On-Premises-Variante kann man immer sagen, okay, wir geben das den Auftrag, dass es für uns programmiert wird. Bei der SAS-Variante ist die Herausforderung, der Kunde sollte sich wirklich klar sein, das ist eine Lösung, in der die meine Prozesse hinreichend gut widerspiegelt und abbildet. Und das Delta, also die Abweichung von dem, wie ich es gerne hätte, ich passe mich der Lösung an an dieser Stelle und nicht umgekehrt. Das ist die Herausforderung. Ansonsten Herausforderungen technischer Natur eher nicht so wenig. Ich hatte es ja erwähnt gehabt, die Lösung ist fertig auslieferbar. Also wenn ein Kunde heute bei mir bestellt, dann kann ich ihm am Folgetag sozusagen den Zugang zu seinem eigenen System schicken. Also wie gesagt, die Herausforderung besteht einfach darin, dass man sich einfach im Vorfeld, dass man sich klar sein sollte, ist das die Lösung, mit der ich gerne arbeiten möchte. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass das Ganze auf der Basis, in dem Fall jetzt von Microsoft Azure funktioniert, aber es gibt ja wahrscheinlich auch andere SAS-Anbieter oder so, die mit anderen Clouds arbeiten oder so. Könnte ich jetzt, wenn ich aus irgendeinem Grund als Unternehmer sage, ich möchte das nicht auf dieser Cloud haben, könnte man das ändern oder ist das dann in dem Fall vom Anbieter abhängig? Das ist in dem Fall von uns abhängig. Also um es so zu sagen, also es ist nicht, dass man praktisch, der Kunde bekommt keine Checkliste oder dergleichen, wo er sagen kann, ich möchte lieber die Amazon Cloud oder die Azure und dergleichen, sondern also die Azure allgemein, die Auswahl des Cloud-Anbieters ist eigentlich meines Wissens nach bei jeder SAS-Lösung vorgegeben durch den jeweiligen Anbieter. Das wahrscheinlich hat auch ein bisschen was mit dem Thema Kosten zu tun, dass man eben auch einfach, das bleibt eben wie es ist und man muss dadurch nicht immer was Neues machen. Richtig, genau das, wie man so schön sagte, die Skalierbarkeit sozusagen. Also dadurch, dass man sich auf eine Technologie spezialisieren kann, kann man eben diesen internen Kostenvorteil auch entsprechend dann eben in Preisminderungen etc. oder geringeren Preisen an den Endnutzer abgeben. Jetzt gibt es ja am Ende, sage ich mal, von diesem ganzen Prozess, man digitalisiert jetzt seinen Service, gibt es ja immer Menschen, die das dann benutzen sollen, also zum Beispiel die Service-Techniker, die dann eben rausgehen. Wie kann ich die denn vielleicht am besten schon mal in das Projekt mit einbeziehen? Also ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht so gut, es denen das hinzuknallen und zu sagen, jetzt mach mal. Nein, das ist nie eine gute Idee. Wie funktioniert das in dem Fall am besten? Ich hatte eingangs erwähnt gehabt, also für gewöhnlich so einen Prozess bei uns, eigentlich relativ ähnlich jedes Mal. Also wenn konkretes Interesse da ist, ist immer das herzliche Angebot dann von meiner Seite aus, dass ich mir gerne Zeit nehme, in Form einer Online-Präsentation, die Lösung wirklich von A bis Z durchzugehen. An dieser Stelle, und das empfehle ich immer und ausnahmslos, alle Vertreter sozusagen der einzelnen Interessensgruppen, seien es die Leute, die im Feld arbeiten, seien es die Innendienstler, die IT, mit einzubeziehen in diesen Termin. Da mit denen die Lösung präsentiert werden kann und da jeder sich auch einbringen kann und das auch, sage ich mal, ja, beurteilen kann, ob die Lösung sozusagen die Realität des jeweiligen Unternehmens widerspiegelt. Und dann darüber hinaus, das ist jetzt dennoch der nächste Vorteil, es ist pauschal sichern wir zu vier Wochen kostenfreier Testbetrieb. Da kann jeder Interessent mit einer beliebigen Anzahl von Usern die Lösung vollumfänglich testen. Jede Funktionalität ist nutzbar und gerade in so einem Kontext haben dann auch, sage ich mal, die Leute, die wir, wie du gerade gesagt hast, die wirklich damit arbeiten sollen, die Möglichkeit, das auch zu erleben. Funktioniert das für mich oder funktioniert das nicht? Gibt es dann da nochmal eine extra Schulung oder sowas oder ist quasi diese Präsentation mit dem Testbetrieb, ist das quasi ausreichend oder sagen die Leute, nee, okay, ich brauche jetzt nochmal jemand, der wirklich jede Funktion nochmal dann, wenn es dann soweit ist, am Gerät mit mir durchgeht oder wie funktioniert das? Teils, teils. Also theoretisch, während dieser Präsentation lernt man schon, sage ich mal, einige wichtige Handgriffe und die Aufmerksam-Zuhörer, die sich auch ein paar Notizen machen, kommen dann meistens schon ganz gut zurecht. Wir haben auch ein Handbuch, das standardmäßig beiliegt. Wir haben tatsächlich auch manchmal den Fall, meistens bei, ja, sage ich mal, bei etwas erweiterten Interessenten, also die schon stärker interessiert sind, die dann sagen, also, nee, ich mache das gleich richtig. Ich buche auch schon ein paar Schulungen, die ich ja sowieso buchen würde, wenn ich die Lösung für mich mieten möchte, kaufen möchte, wie auch immer. Ja, und nutzen da praktisch so eine Art Synergie, dass sie dann praktisch die Endanwender gleich schulen lassen. Ja. Und ja, damit dann gleich, ja. Alle Applikation, alle wissen, wie es läuft und wo es hingeht. Aber es funktioniert beides. Es ist nicht notwendig. Also ich bin zuversichtlich, dass, also wir haben bisher auch immer dieses Feedback bekommen, es ist definitiv möglich, sage ich mal, nachdem man diese Online-Präsentation gesehen hat, die wichtigsten Schritte, die einem auch zu einer Entscheidung oder zu einem Urteil, zu einem fundierten Urteil führen, ob die Lösung passend ist, kann man allein durchführen. Okay. Ich habe es jetzt schon so ein bisschen rausgehört. Ich stelle die Frage trotzdem nochmal, dass wir das nochmal so auf den Punkt haben von dir und zwar, was mache ich jetzt, wenn mein Unternehmen wächst? Also sagen wir mal, ich bin mit vier Usern gestartet, weil es völlig ausreichend war. Jetzt wächst das ganze Thema und ich brauche vielleicht auf einmal zehn oder vielleicht auch mehr oder ein bisschen weniger. Was passiert dann mit meiner SaaS-Lösung? Das ist dahingehend die gute Nachricht für die Nutzer von SaaS. Ein Wechsel von SaaS zu On-Premises ist jederzeit möglich. Also um mal ein bisschen zu vergegenwärtigen, wie stark die, wie soll ich sagen, die Verknüpfung dieser beiden Lösungen und dieser beiden Unternehmen, L-Mobile SaaS und L-Mobile Solutions ist. Der Geschäftsführer der L-Mobile SaaS, Herr Oliver Joos, ist gleichzeitig der Gesamtentwicklungsleiter der gesamten L-Mobile Gruppe. Und alle, ja, Konfigurationen und dergleichen können nahtlos überführt werden von SaaS in On-Premises. Der Fall, von dem wir ausgehen, ist beispielsweise, den du gerade eigentlich schon auch ganz gut umrissen hast, dann sagt man, okay, also ich habe jetzt inzwischen eine größere Userzahl und ich weiß, wenn ich noch folgende Anpassungsprogrammierungen durchführen lassen könnte, würde ich nochmal um fünf Prozent, zehn Prozent, wie auch immer, effizienter werden. Und das ist so ein, wenn man, wenn man zu diesem Gedanken kommt, das ist ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken. Okay, aber das lohnt sich quasi nur, wenn ich sage, ich muss auch an der Programmierung was anpassen oder ich möchte da noch spezifischere Dinge. Wenn ich jetzt aber wirklich nur sage, okay, ich habe halt einfach noch zwei Techniker mehr, dann könnte ich auch nur noch einen User oder noch zwei User dazu nehmen oder ist das nicht möglich? Genau, doch, das ist möglich. Also das User-Kontingent kann zu jedem Zeitpunkt erhöht werden, je nach Bedarf des Kunden. Das ist eigentlich letztendlich die Frage, die es abzuwägen gilt. Ist die, macht mich das, wäre ich noch effizienter, wenn ich sozusagen mir diese Lösung noch etwas weiter maßschneidern lassen könnte? Das wäre für mich, also wenn ich der, ich als Entscheidungsträger, da würde ich einen Wechsel in Erwägung ziehen. Okay. Jetzt ist es ja so, dass man beim ganzen Thema Digitalisierung geht es ja dann auch viel um das Thema Daten und gerade auch, wenn man jetzt seinen Serviceprozess so ein bisschen umstellt, dann sammelt man ja, sage ich mal, auch darüber, dass das jetzt alles mobil funktioniert und das alles immer auch rückgemeldet wird in die Systeme und so, auch einiges an Daten. Ist jetzt schön, die zu haben, aber noch besser ist ja eigentlich dann damit was zu tun. Was kann ich da quasi machen, um die vielleicht nutzbar zu machen? Das ist auch etwas, was meistens aufkommt, wenn die Kunden dann wirklich auch aktiv und, ich sage mal, diszipliniert mit der Lösung arbeiten und auch die Techniker, der Innendienst und so weiter auch das System fleißig mit Daten befüllen. Da die, also die Schnittstelle von L-Mobile Service und L-Mobile Sales ist offen. Das ist ein, sage ich mal, ein Begriff, den man in der IT verwendet. Das bedeutet, jedes, eigentlich jedes gängige Reporting-Tool ist integrierbar und ja, kann dementsprechend, können alle, eigentlich alle Daten, die in irgendeiner Form zählbar sind, können auch entsprechend ausgewertet werden. Wie lange brauche ich im Durchschnitt für folgende Tätigkeit? Welches Material wird besonders häufig ausgewechselt etc.? Ist alles darstellbar. Und jetzt ist ja so, sage ich mal, die Zukunft des Field Service schon so ein bisschen absehbar, dass da vielleicht solche Lösungen wie Augmented Reality vielleicht in Form von Brillen oder so hinzukommen, dass der Innendienst den Außendienst besser unterstützen kann und so. Also, angenommen, ich habe jetzt eine SAS-Lösung, habe jetzt auch keinen Bedarf, jetzt extrem viele personalisierte Änderungen vorzunehmen, möchte also nicht auf On-Premise wechseln, würde aber gerne zum Beispiel so eine Augmented Reality-Lösung mit reinnehmen. Ist das irgendwie machbar oder gibt es da noch keine Schnittstelle, keine Möglichkeit, das zu integrieren? Da ist es, reiht sich einen ein in das, was ich gerade erzählt habe. Der Standard von L-Mobile Solutions, also On-Premises, ist exakt der gleiche wie von L-Mobile SAS. Das heißt, dementsprechend haben wir die Möglichkeiten, alle Technologien, die die L-Mobile jetzt und in Zukunft einführen wird in diesem Bereich, auch entsprechend in der SAS-Variante anzubieten. Also, da ist technisch keine Glasdecke oder dergleichen, die man antizipieren muss. Es ist jetzt tatsächlich noch nicht vorgekommen, aber wenn heute jemand zu mir kommen würde und sagt, ich möchte gerne im Rahmen meiner L-Mobile SAS-Lösung, möchte ich gerne Augmented Reality nutzen, könnte ich das anbieten. Okay, perfekt. Vielleicht kannst du jetzt einfach nochmal so zum Schluss so ein bisschen die Vor- und Nachteile von so einer SAS-Lösung, vielleicht auch im Vergleich zur On-Premises, wie du dich entscheiden möchtest, einfach nochmal aufzeigen, dass wir das nochmal so in so einer schönen Zusammenfassung haben. Gerne. Also, ja, wie eingangs erwähnt, dadurch, dass alles sehr zentral verläuft bei seiner SAS-Variante, hat man als Anbieter, ob jetzt L-Mobile oder irgendein anderes Unternehmen, einen erheblichen internen Kostenvorteil. Das heißt einfach, also die Kosten sind unglaublich niedrig im Vergleich zu einer On-Premises-Variante. Wie gehabt, was auch für kleinere Unternehmen sehr wichtig ist, ist es keine eigene Kompetenz zur Verwaltung der Lösung und der Server vonnöten. Und die Einführungsdauer ist ziemlich gering, weil, wie ich gesagt hatte, also die Lösung ist fertig. Also es ist nichts, wo wir sagen, ja, wie hättet ihr es denn ja sozusagen in dem Sinne, sondern die Lösung ist fertig. Was die Leute im Rahmen meiner Online-Präsentation sehen, ist auslieferbar ab Tag 1. Jetzt wäre es natürlich berechtigt, jetzt würden die Kollegen, meine geschätzten Kollegen von der Solutions sagen, ja, aber das hat ja nicht nur Vorteile und das ist auch tatsächlich so. Der Nachteil von SAS, wenn ich unbedingt eine Anpassungsprogrammierung brauche, die sich nicht in Form einer einfachen Konfiguration darstellen lässt, dann ist das, dann ist auf einmal dieser, genau, der Punkt, dass alles so schön zentralisiert ist und eben, was ich natürlich, was ich gerne als positiv darstelle, ist dann auf einmal gar nicht mehr so positiv. Und das ist sicherlich das, wo man die Grenze ziehen kann. Also On-Premises, also die Solutions ist spezialisiert auf die Umsetzung kundenindividueller, kundenspezifischer Projekte. Unsere Spezialisierung ist die Bereitstellung von der gleichen sehr guten Service-Lösung. An einer schnellen Lösung. Genau, kosteneffizienter sozusagen anzubieten. Da würde ich die Grenze ziehen. Und da war also, wie gesagt, also die Stärke kann auch je nach Unternehmen auch gleichzeitig die Schwäche sein. Das heißt, im besten Fall habe ich am Anfang mit euch ein Beratungsgespräch und man zeigt auf, was man vorhat, welche Prozesse vorliegen. Und ihr könnt dann auch beraten, okay, SSRS war eine gute Idee, aber vielleicht in dem Fall nicht die richtige Lösung. Oder eben doch, genau, das ist das, was für euch in Frage kommt. Absolut. Also sowohl während, natürlich während des Vertriebsprozesses sowieso, aber auch nach dem Kauf, also wenn jetzt, also grundsätzlich, das ist bei uns auch vertraglich so verbrieft, wenn ein Kunde nach der erfolgreichen Nutzung mit L-Mobile SAS sagt, also das gefällt mir jetzt eigentlich schon sehr gut, aber ich will es jetzt doch kaufen, aus den vielleicht genannten Gründen. Ich möchte das jetzt doch kaufen, dann endet der SAS-Vertrag ab diesem Moment und kann abgelöst werden durch deinen On-Premises-Vertrag bei der Solutions. Perfekt. Genau. Vielen lieben Dank, Armin, für das Gespräch und die Einblicke in die Welt SAS und On-Premises und was sind die Unterschiede und überhaupt. Ja, wir hoffen, ihr da draußen konntet auch wieder einiges mitnehmen aus der Folge. Ihr habt da jetzt ein bisschen tiefere Einblicke erhalten. Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas nicht verstanden habt oder eben noch mehr wissen wollt, der Armin beantwortet die Fragen natürlich auch im Nachgang nochmal, schreibt es gerne einfach unten in die Kommentare, genauso wie Themenwünsche für weitere Folgen, wenn ihr da noch Fragen habt oder Ideen habt, was wir euch hier noch in unserem Format zeigen können. Lasst uns das gerne wissen und ansonsten lasst uns einen Daumen nach oben hier auf YouTube da oder eine Bewertung auf iTunes und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.